auch von mir ein herzlich willkommen in dieser runde ich möchte ihnen die kernpunkte vorstellen die unsere positionen die wir zu diesem landeshaushaltsentwurf vorgelegt haben wir haben diesen haushaltsentwurf in den letzten wochen intensiv diskutiert und wir haben einige schlaglichter mit den deckblättern vorbereitet es geht um das ziel krisenfest in die zukunft es geht um die frage der ziele in diesem land wir haben nachlässigkeiten und versäumnisse der letzten jahrzehnte die wir aufarbeiten müssen insgesamt haben wir über 240 anträge eingereicht wenn man diese anträge betrachtet ohne die auflösung der haushaltssicherungsrücklage haben wir annähernd 60 millionen euro einsparungen erwirtschaftet das ergibt sich aus mehr ausgaben wie zb im einzelplan 8 im einzelplan wirtschaft und im einzelplan allgemeine finanzen aber auch durch einsparungen in bereichen die wir für nicht unterstützungsfähig halten dabei geht es um große beträge dabei geht es aber auch um sehr kleine beträgen bei diesen kleinen beträgen ist es mir ganz wichtig einmal darauf hinzuweisen dass das positionen sind die eigentlich sehr viel bedeuten und gar nicht materiell abzubilden sind wie zum beispiel der erhalt von wissenschaftlichen sammlungen die welterbehütte das projekt straße amerika auswanderung das bibliothekswesen das sind alles identitätsfördernde maßnahmen die ich für ganz besonders wichtig halte ein seriöser haushalt ist kein selbstbedienungsladen unsere vorschläge zu mehr ausgaben insbesondere zu zahlungen an die kommunen und zu zahlungen an die investitionen sind für die zukunftsfähigkeit unseres landes von entscheidender bedeutung und diese ausgaben haben wir mit echten einsparungen gedeckt dazu haben wir den haushalt auf einsparungsmöglichkeiten durchleuchtet und diese insbesondere auch durch einsparungen in dem grünen integrations und im umweltministerium ermöglicht die erheblichen mehr ausgaben erfolgen nach den anträgen der afd-fraktion für die kommunen und für investitionen neben der weiter bestehenden frage ob die der weiterbestand der haushaltssicherungsrücklage politisch rechtlich überhaupt zulässig ist oder ob es ist es politisch und inhaltlich nicht nachvollziehbar warum dies so gehandhabt wird die auflösung der rücklage darf in erster linie nicht zur finanzierung anderer maßnahmen verwendet werden sondern soll es ermöglichen einen haushalt ohne weitere schulden aufnahmen zu ermöglichen wir fordern daher diese 1,8 milliarden aus der rücklage zu entnehmen um damit eine neuverschuldung zu vermeiden wir haben erhebliche mittel die wir den kommunen zuweisen wollen damit stärken wir die eigenverantwortung in den kommunen trotz außerordentlich günstiger rahmenbedingungen wurde in den vergangenen jahren dringend notwendige strukturelle verbesserungen der kommunalen finanzen nicht in einem ausreichenden maße vorgenommen in der folge konnten viele gebietskörperschaften auch in zeiten der hochkonjunktur keinen ausgeglichenen haushalt vorweisen obwohl die kommunen rekordsteuereinnahmen verbuchten es ist im wahrsten sinne des wortes ein armutszeugnis dass die kreisfreien städte und landkreise mit der höchsten pro kopf verschuldung bundesweit zu einem großen teil aus rheinland-pfalz stammen zudem erscheint es für die zukunftsfähigkeit höchst problematisch dass die kommunen eine gemessen am durchschnitt der westdeutschen flächenländer weitaus geringere investitionstätigkeit aufweisen wenn es nun doch zu einer entschuldung der kommunen zu kommen sollte sind die genannten probleme deren grund in einer strukturellen unterfinanzierung liegen längst noch nicht gelöst mit unseren anträgen und das tun wir zum wiederholten mal werden die finanziellen rahmenbedingungen geschaffen um die verbundsätze im landesfinanzausgleich zu erhöhen das heißt die kommunen erhalten einen höheren anteil am steueraufkommen und sind dadurch eigenverantwortlicher in der lage ihre aufgaben zu erfüllen die steuern die die unternehmer und die bürger zahlen müssen wir wertschätzen wir müssen die investitionsquote in rheinland-pfalz erhöhen der sanierungsstau bei den landesstraßen summiert sich auf über eine milliarde euro daher haben wir eine forderung für das landesstraßenbauprogramm welches wir um weitere 11 millionen euro aufstocken möchten weitere maßnahmen zur verbesserung der infrastruktur möchten wir durch die erhöhung des sonderprogramms zum erhalt der kommunalen straßen und brücken ausdrücken des weiteren haben wir forderungen gestellt für die wirtschaftsförderung zum beispiel für die förderung der existenzgründung und dieser antrag soll mehr als verdreifacht werden dann haben wir den sonderfall ahrtal hier haben wir eine forderung erhoben die mittel um weitere zehn prozent zu erhöhen auch die stadtteil förderung sehen wir als besonders wichtiges projekt an und möchten die mittel um 20 prozent erhöhen die landesstraßen sind ein teil unserer materiellen ausstattung die wir erhalten müssen die rheinland-pfalzer sind in ihrer großen mehrheit ja mit dem zustand der straßen und brücken sehr unzufrieden ich habe die forderungen bereits ausgeführt das landesstraßenbauprogramm soll insgesamt in 20 millionen auf 146 millionen angehoben werden unser haushalt soll den bürger in rheinland-pfalz zum nutzen sein die häusliche pflege in den eigenen vier bänden erfährt eine hohe akzeptanz seitens der pflegebedürftigen familie freunde nachbarn leisten hier einen wichtigen beitrag aufgrund des mangels an pflegefachkräften und der begrenzten leistungsfähigkeit der sozialen pflegeversicherung kann dieser beitrag nicht ersetzt werden gleichwohl erhalten pflegebedürftige die sich im rahmen des bezugs von pflegegeld durch angehörige pflegen lassen nur die hälfte der mittel die für den bezug von sachleistungen durch professionelle pflegekräfte erhalten würden daher wollen wir je nach pflege stufe ein landeszuschuss zum pflegegeld zahlen der zwischen 4 und 400 und 1000 euro jährlich beträgt im gesundheitswesen ist infolge der sasco 2 pandemie die wirtschaftliche situation vieler krankenhäuser weiter schlechter geworden seit jahren ist die investitionskosten förderung durch das land unbereitend und immer wieder gegenstand von diskussionen in den ausschüssen die förderung befindet sich seit nunmehr mehr als zehn jahren auf ähnlichem niveau um die 120 millionen euro trotz erheblicher preis steigerungen erforderlich wären ein vielfaches circa 300 millionen euro so dass ich mittlerweile ein investitionsstau von mehreren 100 millionen aufgelaufen ist das land und der bund haben bisher in kofinanzierung den haupt den krankenhäusern etwa 28 millionen euro zukommen lassen der bund sieht sich aus dieser kofinanzierung zurück und wir fordern dass das land die bisher auch gewendeten 14 millionen euro vollständig weiterhin zahlt und sich nicht auf acht millionen euro zurückzieht ich habe noch die bereiche justiz polizei und katastrophenschutz wir haben im landeshaushalt an den gesamtausgaben einen anteil für personal in höhe von 40 prozent darin sind natürlich auch die polizisten die justizvollzugsbeamten und alle die im einsatz und in den sicherheitsbereichen arbeiten enthalten und für diesen bereich fordern wir attraktive arbeitsbedingungen und so möchten wir dass wir im bereich der justiz die anwärterstellen aufgestockt werden und dass im justizvollzug für bewerber und bedienstete attraktive und angenehme arbeitsbedingungen geschaffen werden so fordern wir erneut in unserem entschließungsantrag die ruhegehaltsfähigkeit der sogenannten gitterzulage sowie die einführung der optionalen freien heil fürsorge auch bei den einsatz und sicherheitskräften fordern wir die einführung dieser optionalen freien heil fürsorge dann dazu die einführung der ruhegehaltsfähigkeit der polizei und feuerwehr zulage und die finanzielle und materielle unterstützung der freiwilligen feuerwehren außerdem bringen wir erneut unsere forderung nach einer zulage für die notfall sanität ein wir haben gesehen wie wichtig ein katastrophenschutz ist der warntag der im jahr 2020 stattfand war krachend gescheitert wir haben daher die einrichtung von sirenen die in allen regionen frühzeitig und unüberhörbar akustische katastrophen warnung geben sicherzustellen nun insgesamt über alles möchte ich noch einmal zusammenfassen haben wir in unserem haushaltsentwurf in unseren änderungsanträgen sehr großen wert darauf gelegt keine neuen schulden zu machen schulden sind nicht generationen gerecht wir müssen die versteckten schulden benennen bei den schlecht erhaltenen landesstraßen zum beispiel bei den kommunalen liquiditätskrediten sparsamkeit ist auch in der politik eine tugend wir wollen steuersenkungen alle ausgaben müssen hinterfragt werden entscheidungen für den bürger müssen auf der kommunalen ebene fallen dort sind sie am kostengünstigsten das gilt auch für die genehmigungswege im bereich der windenergie wir wollen die aufblähung der stellen in verschiedenen ministerien kritisch überprüfen wir wollen natürlich die aufrechterhaltung die einhaltung der schuldenbremse neben haushalte wie fonds oder zweckgesellschaften lehnen wir ab weil das keine seriöse haushaltspolitik ist die steuereinnahmen im regierungsentwurf mit über 16 milliarden euro je in 2021 und 2022 sind höher als vor corona und angesichts dieses jahr dieses überschusses ist eine neue kreditaufnahme völlig verfehlt